Ich gucke mir gerade Philipp Kees an. Ich bin ja gerade voll im Umbau hier. Alles liegt auf dem Boden, also zeigt es eigentlich gar nicht hier. Hier, Werkbank ist da hingekommen und so weiter. Reifen und Wuchtmaschinen dorthin. Unser neues Kompressor ist da hinten. Und was finde ich heute? Ich finde auch meinen 1 zu 10 Verbrenner. Wie Philipp Kees. Und was für ein Zufall. Und ich sitze gerade hier, mache Pause. Und was gucke ich? Philipp Kees hat ein Video hochgeladen mit 1 zu 10 Verbrenner. Das habe ich gerade so gefühlt. Deswegen werde ich jetzt auch meinen Verbrenner rausholen. Und mal schauen, wie der ist. Eilusch, kennst du den Verbrenner noch? Nein. Ach, 2006. Ich weiß es nicht. Doch, du kennst den. Wir sind auch damit gefahren. Ich hole es jetzt, komm. Okay. Das ist so geil. Weißt du, heute die ganzen Reifen und so habe ich sortiert. Dann habe ich so Dübel und so gebraucht. Habe ich die Dübel gesucht. Und was finde ich zufällig? Alter, ich gucke mal da oben. Was ist das? Das ist der 1 zu 10 Verbrenner. Ah, du machst dann R10. Ja, R10. 1 zu 10 Verbrenner. Ich wusste gerade überhaupt nicht, was du meint. Du musst mit mir hier reden, sodass ich es verstehe. 27.000 Leute verstehen mich nicht. Wie willst du mich verstehen? Guck mal. Guck mal, noch den Stau. Und Spinnennetz inklusiv. Jetzt fangen wir den mal aus und dann schaue ich euch das auch mal an. Wie es der Philipp Kies gemacht hat. Achte mal, was ich alles noch hier drin habe. Das ist hier unser R10. Kann ich mal den mal abmachen. Oh mein Gott. Guck mal hier. Boah, guck mal. Das ist gut. Also den habe ich ja irgendwie 2003, 2004 habe ich gekauft gehabt. So Ende meiner Azubi-Zeit. Und dann habe ich nur daran geschraubt. War so schön. Werkzeuge. Ja, war auch immer dabei. Finde ich cool. Ja, Fernbedienung. Ich hoffe, da sind keine Batterien mehr drin. Oh, ich weiß nicht mal, wie die aufgehen hier. Wenn ja, sind die bestimmt auch. Siehst du, keine Batterien. Nee. Aber guck mal hier. Was ist das? Aber trotzdem hier. Aber hier ist keine Batterien drin. Benzin. Oh ja, das braucht man mehr. Aber ist nicht mehr viel Trinklose. Ja, das ist Nitro. Also, dann haben wir natürlich ein paar Werkzeuge noch, was wir immer wieder gebraucht haben. Hier für Glühkerzen raus und so. Hier. Batterien. Batterien, jede Menge Batterien. Und noch Ersatzteile. Hier. So sieht man eine Kardanwelle, kann man sagen. Sieht aus hier, guck mal. Einfach mal durchgedreht, das Ganze. So viel Power hat das Ding hier. Der die Kraft halt überträgt. Oh, hier haben wir noch einmal Fernbedienung. Das Ding ist ab, warum auch immer. Die Antenne, oder? Ja, die Antenne ist ab. Da müsste ich mal schauen, warum, weshalb, wieso. Hier war die Antenne befestigt. Und so vielleicht hängen geblieben beim Ziehen rausgekommen. Ja, es kann sein. Das kann auch schnell passieren bei den Dingern. Oh, guck mal, Licht haben wir auch noch. Komm, wenn ich mal nachts hier gemacht habe, geht aber gar nichts mehr. Das Ding läuft locker seit 15, 16 Jahren nicht mehr. Wenn nicht sogar länger. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwann 2005, 2006 gefahren. Und dann habe ich das einfach hingestellt. Ja, dann wurde ich ja selbstständig und so. Dann habe ich das irgendwann da reingeklatscht. 2010. Und dann habe ich das auch nicht mehr gesehen. Doch, nee, der war mal einiger Zeit in meinem Büro. Kannst du dich noch erinnern? Das stimmt, auf dem Schrank irgendwo, ne? Ja, ja, stimmt. Auf dem Schrank habe ich den hingetan und dann irgendwann in die Garage. Genau. Ja, cool. Ich würde echt mal vorschlagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt das in die Kommentare. Dann können wir das Ganze mal auseinanderbauen, wieder fahrtüchtig machen, sodass wir das Ding entfahren können. Weil das Ding war bis zu 70 kmh schnell. Ich könnte das nicht glauben, aber das Ding war 70 kmh schnell. Das Ding war eine Höllenmaschine. Die Reifen haben durchgedreht, ne? Das hat so Spaß gemacht. Komm, alte Erinnerungen hoch, ne? Allrad. Wenn, dann müssen wir das auch auseinandernehmen. Ja, hier haben wir die Bremsscheibe. Das sieht so geil aus, die Bremsscheibe hier. Zecken. Hier, an der Kardanwelle. Da ist die Bremsscheibe. Dort hier. Das ist die Kardanwelle, die ist immer sehr, sehr oft bei mir kaputt gegangen. Irgendwas muss man immer wieder auswechseln. Dann bist du extra mal zu so einer Modellbaufirma oder so. Da hast du die Dinger mal besorgt. Genau. Früher, als ich halt in der Azubi-Zeit war, habe ich ja damit rumgedealt. Nein. Ich habe das sehr, sehr günstig gekauft. Ich habe mir mal so Modellautos immer gekauft, weil die waren ja sehr teuer damals. Ich habe die bei Ebay immer sehr, sehr günstig gekauft. Und dann habe ich die mal repariert. Und da waren immer Motoren drin. Also ich habe immer so zwei, drei Motoren mitgekriegt. Und der war halt der 4 PS Motor. Und den habe ich hier eingebaut gehabt. Und danach ging der auch ab. Weil ich habe echt tagelang da dran geschraubt. Und das hat so Spaß gemacht. Auch die Reifen hier. Eidosh, guck dir den mal an. Die Reifen sind blank. Ja, hinten vor allem. Und ich weiß noch, ich habe hier einen riesen Unfall gehabt. Da habe ich den Querlenker sogar gemacht. Hier siehst du das sogar noch. Den Querlenker habe ich geschweißt gehabt. Guck mal hier. Siehst du das noch? Ja, Mann. Da kann ich mal eine ganz kleine Geschichte erzählen. Volle Beschleunigung. Da war so eine Bodenebene. Dann ist er kurz hochgeflogen. Und dann war so eine Kante. Bam. Direkt. Komplett auseinandergeflogen. Ich habe gesagt, shit, was machst du denn da? Weil du willst ja noch fahren. Komplette Fehlerbein war abgebrochen. Und da habe ich das dann natürlich gelötet mit Feuerzeug. Und ich glaube, das ist noch dieser Feuerzeug hier. Oh, der funktioniert noch. Mit viel Liebe haben wir das Ganze da repariert gehabt. Und das ist doch geil. Ich weiß nicht, ob das Philipp Case mal sehen wird, das Video. Vielleicht zwitschert ja einer Philipp Case ins Ohr und sagt, ey, da ist der Kfz-Futzer. Und der fordert dich raus mit einem R10 1 zu 10 Verbrenner, welcher schneller ist. Also, Philipp Case, wenn du das siehst und Bock drauf hast, mit mir gegen mein R10 zu fahren, dann lass uns doch mal irgendwann, wenn diese schlimme Zeit vorbei ist, gegeneinander fahren. Hältst du Lust? Jetzt direkte Message an ihm zu. Also, ich würde es feiern. Gegen Philipp Case. Mein R10 gegen dein R10. Mal schauen, was wir da noch rausholen. Vielleicht bauen wir ja einen Turbolader ein. So wird das Ganze aussehen. Wenn er fertig ist. Was meinst du? Geil. Ey, heißt das R10 oder R10? R10. Ja, weil R10 den sagst du. Ich sag R10. R10. Ich sag immer, ich weiß doch, typisch, typisch Yunus, er findet sofort einen neuen Namen. Ich sag R10. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. War einfach so ein kleines Video. Flashback, Kettas, Bock drauf gehabt. Und wie gesagt, das werde ich sowieso fertig machen. Wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid. Dann können wir ein Video machen. Und wenn Philipp Case Bock hat, kann er ja gegen mich fahren. Eine Runde. Würde es ja nicht schaden. Ich komme auch nach Hannover, ist kein Problem. So, ich mache mal weiter. Viel Spaß. Haut rein, bleib gesund. Bis dann, auf den Jungen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.